Ah, das muss alles weg. Naja, für die, die mehr auf... Naja, coole Häuser stehen, ist das hier noch nix. Die Arbeit muss ja auch irgendwo herkommen. Und in diesem Fall wird die Arbeit gerade verrichtet. Aber im Dunkeln lässt es sich natürlich nicht so gut arbeiten. Daher jetzt hier mal noch Lichter hin. So. Ja, die ganzen Löcher nehme ich nachher raus. Ich muss erst mal das hier alles weg. Da kann ich ja ewig rumfahren, bis das hier mal was wird. Naja, immerhin baue ich alles selber und cheate nicht wie andere Leute. So. Ich kenne da ein paar Let's Player, die cheaten gerne bei Minecraft. So, Füße hoch, die Witze kommen flach, Leute. Hier, jetzt. Weg damit, weg damit. Ja, das muss alles weg, 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 weg. Ja, jetzt sollten wir irgendwie nur noch die Musik. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt irgendwie wieder irgendwas fehlen. Naja, ich lasse mich davon jetzt nicht abraten. Sag mal, nur bei der Musik. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier weiter. So. Ja, es ist nicht die Minecraft-Musik, die da eigentlich dazu gehört. Aber das ist mir jetzt egal. So, weg, 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 weg. Alles weg. Hier noch, da noch. Ja. So, das muss alles in der Mitte raus. So. Da, hier. Weg. Alles raus. So. Ja, das ist wieder ein Heidengeschäft hier. Das ich jetzt verrichten muss für euch. Ne, okay, das wird ja für mich. Aber die Mapp könnt ihr dann nachher irgendwann mal downloaden. Das heißt, das ist im Endeffekt doch wieder für mich. Naja. Ähm, ja, wenn die Mauer hier offen ist, fühle ich mich nicht so sicher. Bei der Musik, da wird das Minecraft doch ganz spannender. So. So. Ja. Gruselige Musik bei Minecraft. Oh, die gruselige Musik nicht umsonst. Hier. Da ist jemand, der sich hier reingeschlichen hat durch die Wände. Kein Wunder, dass ihr solche Musik kommt. So, das muss ich aber schnellstens wieder zumachen. So, nicht, dass hier noch mehr reinkommen, ohne mich zu fragen. Ja, jetzt habe ich hier irgendwie meine Axt dabei verloren. Das heißt, wir brauchen jetzt hier schnell noch eine Axt, weil ich jetzt zu vollbinden, eine neue zu suchen, nehme einfach mal eine Axt der einen Auto. Ralalala. Ja, das muss alles weg. Das wird ein Riesending, aber das Riesending, das wird auch richtig cool, ne? Wenn ihr die Map irgendwann mal downloadet in zwei, drei Jahren, dann... Naja, zwei, drei Jahren, ne? Humor von unten. So. Hier. Da, la, 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 la. So, Twitter. Ähm, ist mein Raum schon fertig? Ich habe dir nie versprochen, dass du einen Raum kriegst. Hm. Nächste Nachricht. Ähm, wann baust du mal wieder? Ja, mal wieder ist gut. Mal wieder. Hm. Wann baust du mal wieder? Wann nicht? Wäre vielleicht eine sinnvollere Antwort, denn ich baue eigentlich 24,7, 360 oder wie viel auch immer. Ich baue eigentlich immer. Ja, also... Ich bin ein Bauer. Ganz entsprechend meinem Job. So, weiter hier. Da, 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 da. Ja, schon wieder Schafe hier. Aber ich denke, es wird langsam kleiner. Wir sehen langsam, dass man hier schon mehr den Überblick hat. Irgendwie kann es mir vor allem größer vor. Euch auch? Ja, dann schreibt es in die Kommentare. So, hier noch, da noch. Ja, warum jetzt dieser Soundtrack vom Game ganz weg ist, weiß ich auch nicht. Ich kann ja gleich mal in die Einstellungen schauen. Aber die Musik, die im Hintergrund läuft, ist ja auch nicht schlecht. So. Hier. Noch hier. Dann hier. Da, 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 da. So. Ja. Wie gesagt, es wie, wie Need for Speed, nur ohne Autos. So schnell, wie es hier abgeht. Ähm. Ja. Was ist das jetzt? Ähm. Ich laufe, obwohl ich nicht laufen will. Hallo. Hallo. Jetzt. Das war wohl wieder ein Spack meiner Maus. Naja. Kauft man sich eine teure Gamer-Maus und sie funktioniert nicht. Na ja, ja, ja. So. Jetzt ist es nicht mehr also viel. Das kommt jetzt alles hier noch weg. So, hier noch, dann da noch, hier, so. Dralalala, hier. So. Ja, es wird immer kleiner und immer, immer, auch enger hier drin. Vor allem fand ich irgendwie größer. Ob die Map sich, ob die Map kleiner wird? Hm. Was ist los? Aber immerhin schöne, schöne Aussicht habe ich hier. Ja, äh, hallo. Schönes Schaf. Geh bitte beiseite. Ich muss hier durch. So. Ein Schaf habe ich wenigstens schon mal als Haustier. Ich schaue, dass ich es nicht gerade umbringe. Und wenn nicht, dann hole ich mir nachher eine ganze Horde Schafe. So. So. Ja, das läuft jetzt natürlich hier rum, wo ich arbeiten muss. Also wenn es jetzt stirbt, dann hat es halt Pech. So. Ja, jetzt wird gebaut. Daher die Videos möglicherweise langweilig. Aber dafür werden umso mehr dumme Sprüche geklopft. Schauen wir mal nochmal Twitter. Das ist gut hier. Immer mit Twitter. Das locket den Smalltalk auch ein bisschen auf. Ja. Reeves. Was machst du gerade? Hm. Nichts, was du auf jeden Fall denkst, was ich mache. Also. Wie? Wer kommt schon auf die Idee zu denken, dass ich gerade Minecraft spiele? Ich spiele das jetzt zum ersten Mal, oder? Ich spiele sonst nie Minecraft. Nein. Hm. Ich rieche die Ironie auch nicht. Nein, überhaupt nicht. So. Da machen wir hier mal Stein hin. Militärmusik. Naja, das ist doch schon mal was. Schau mir nicht immer zu. Du kannst auch mal arbeiten. weg hier. Ähm. Ja, die dumme Fackel. So. Weg damit. Ja, jetzt hier noch die paar Löschchen zu, die hier noch drin sind. Und dann haben wir hier doch schon mal ein kleines Dingschen, wie man es auch nennen mag, ausgewogen. Hier noch rein. So. Hier noch rein. Hier noch rein. Klasse. Klasse hier. Dann brauche ich hier gar nicht den Ausgang reinbauen. Dann kann ich hier gleich woanders bauen. So. Dann brauche ich den Ausgang gleich am besten hier. Na ja, das ist ein Holztier, ne? So. Nein, 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 nein. Und wenn du raus gehst, dann brauchst du auch nie wiederkommen, ne? Ist dir schon klar. So. So. So, jetzt haben wir hier die Zürcher. So. Ja, jetzt können wir anfangen. Nein, ja. Äh, geht runter hier. Ja. Gut. Jetzt kommt die nächste Frage. Was bauen wir denn? Als erstes muss ich hier, bevor die Frage kommt, was bauen wir denn? Lass mal außenrum wegmachen, weil sonst kommt ja jedes Schaf rein. Sieht man ja, nämlich Krascher. So. Weg damit, weg damit. Ja, hier sieht's gut aus. So. Vielleicht hier noch irgendwie, was nehmen wir denn dazu? Was nehmen wir denn? Nee, das wollte ich nicht. Ähm. Statt das hier meines Zufass. Ja, also den Eingang sieht man schon viel überall. Das muss ich hier außenrum natürlich auch noch ein bisschen wegmachen. So, ja, mitten in der Wüste baut man normalerweise keine Häuser auf. Da habt ihr schon irgendwie recht. Ja, aber das mach ich alles weg. Das ist mir ja nicht ganz egal. Ja, das war jetzt gerade wohl der Höhepunkt der Musik. Und jetzt schau ich erst mal, dass ich hier irgendwie den Sound von Minecraft wieder anbekomme. Wenn das vielleicht irgendwie möglich ist. Ähm, aber erstmal mach ich das jetzt noch voll fertig. So, hier und dann, 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 da, 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 da. So, ja. Kann man da reinspringen? Wenn ja, dann wäre das nicht sehr sinnvoll. Ui, nein, gut. So, blup. 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 Ah, das ist nur für mich. Na, da muss ich kurz rein. So. So, yes. Jejei, so. Jetzt müssen wir den ganzen Boden rauskommen. Jetzt muss ich aber erst mal schauen, was ich hier für Räume reinbaue.